Mailand, Portofino, um das turbulente Privatleben von Boris Becker, 56, sollte es endlich ruhiger werden. Im Mai hatte er sich mit seiner langjährigen Partnerin Lilian de Carvalho Montero, 33, verlobt, will sie im Herbst in Portofino heiraten. Doch nur droht neuer Wirbel? Hat der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler etwa seine eigene Tochter nicht zur Hochzeit eingeladen? Mit der dritten Ehe sollten endlich alle Justiz, Geld und Beziehungsprobleme der Vergangenheit angehören. Im malerischen Portofino wollten Boris und seine Lilian sich sorgenfrei das Ja-Wort geben. Aber hat er dabei nicht etwas, oder genauer gesagt jemanden, vergessen? Wie die BILD berichtet, hat der 56-Jährige seiner eigenen Tochter keine Einladungen zukommen lassen. Anna Ermakova, 24, musste aus der Zeitung von den Hochzeitsplänen ihres Vaters erfahren. Längst soll die Tennis-Legende alle Freunde, Familie und Geschäftspartner zu der pompösen Feier im Nordwesten Italiens eingeladen haben. Nur eben seine einzige Tochter nicht. Anna stammt aus Beckers berühmter Affäre mit Angela Ermakova, 56, wurde schon als Baby von ihrem Vater verleugnet. Mit seinen Söhnen läuft es besser. Boris Becker-Boys im gemeinsamen Urlaub. Anna Ermakova, ISZT, trotz schwieriger Kindheit sehr erfolgreich. Das Verhältnis der beiden ist auch 24 Jahre später kein besonders gutes. Ich hatte eine schwierige Kindheit, bin mit vielen Vorurteilen aufgewachsen. Die Öffentlichkeit hasste mich, ohne mich zu kennen. Nur aufgrund der Entscheidungen, die meine Eltern getroffen haben, erzählte Anna gegenüber der BILD. Dabei hat sie seitdem nicht nur als Model ihren eigenen Weg hingelegt. Bei Let's Dance gewann sie 2023 die 16. Staffel. In diesem Jahr versuchte sie sich außerdem durchaus erfolgreich als Sängerin. Schmerzlich wird für sie wohl nicht nur die fehlende Einladung sein, sondern auch, wie bemüht sich ihr Vater mit seinen anderen Kindern zeigt. Mit seinen Söhnen Noah, 30, und Elias, 24, aus der Ehe mit Barbara, 57, und Amadeus, 14, aus der Ehe mit Lilli, 48, postete er erst kürzlich mehrere Bilder aus dem gemeinsamen Familienurlaub. Und als mit Lilli, 48, postete er auch mit Lilli, 48, postete er in diesem Jahr kommt. Die Lilli, 48, postete er auch mit Lilli, 49, und Amadeus, 14, aus der Ehe mit Lilli, 48,, postete er aus dem gemeinsamen Jahrzehnt.